Ja, wenn der ETS und der ATS so langweilig werden, dann kommt jetzt hier StarTrucker. Trucker im Weltall. Das klingt nach einem ziemlich geilen Konzept. Und ich dachte, da schauen wir uns doch mal die Demo an. Gut, ich habe von Honor Canin schon ein bisschen reingesehen, was ungefähr passieren wird. Und ich würde sagen, wir spielen die Demo und schauen mal, wie umfangreich das ist. Also alles kann sich noch ändern, bevor das Spiel dann rauskommt in diesem Jahr. Okay, das ist also unser Truck. Und wir haben wohl ein kleines Problem. Get off your comfortable seat. Okay, exit. Holy smokes. Also, unser Truck ist ja mal fett. Okay, da können wir schlafen. Das sind Sachen wohl aus. Das ist unser Lagerraum. Noch ein Bett. Das ist ein riesen Cockpit. Und put on your spacesuit. Alles klar. Er 100%. Energy 100%. Jetzt habe ich Dead Space Swipes. Okay, go outside to make repairs. Oh, Merlock. Alle klar. Was, did you remember to equip your suit? Ach, hier. Okay, das ist der Highway Service aus Speed Limit 150. Okay, von da hinten sind wir hergekommen. Onyx Station. Was auch immer das hier keine sind. Okay, Patch Abdehal 2. Ja, dann tun wir das mal hier reparieren. Dann können wir einfach nur hingehen. Ja. Also, ich hoffe mal, man kann den Truck dann später auch richtig reparieren. Dass man dann hier nicht immer diese Dinger hat. Das ist unser Truck. Ganz kurz angucken. Ah, sieht schon geil aus. Okay, hier unten hat es auch noch was. Ja, wir gehen mal kurz hier hin. Okay, I guess that's it. Das ist die Ladung von uns. Ich glaube, wir haben nicht mehr so viel Saft. Wir sollten, glaube ich, lieber wieder reingehen. Naja, O2. Return to Truck. Okay. Bitte rein hier. Eher 66% Energie 79. Ah, okay. So muss man das sehen. Und wird da drin jetzt wieder aufgeladen. Jut. Ich glaube, da kann man nichts machen. Keine Ahnung, was das hier ist. Sonst können wir hier sonst noch irgendwas machen. Pickup UCC. Okay. Pickup Hardcast Container. Open. Rechtsklick. Jetzt noch mehr von diesen UCC-Tingern hier drin. Powercell. Okay. Also wir müssen auf jeden Fall Wartungsarbeiten hier machen. Was? Evening Work Carton. Micro Stabilizer. Powercell. Fuelkanister. Okay, wir werden dann soweit erstmal ausgestattet. Ob das so ist, dass man dann hier auch Essen und Co. braucht, dass man das hier alles mitnehmen muss? Das scheint der Motor zu sein. Okay. Take the driver's seat. Einmal hier rein. Also sieht ja schon bequem aus, ne? Press Space to accelerate using the main thrusters to brake and reverse. Press Shift. Press Shift. WSD to fire maneuvering thrusters and turn the truck. Q&A to roll left and right. Next to the view. Let's see. Okay. Oh, wie geil. Okay. Okay, was? Next Channel? Ah, okay. Da können wir den Status hier angucken. Die ganzen Core-Systeme. Frontkamera, Rückkamera. So seitlich. Ich glaube, ich hätte gern eine Rückkamera fürs Erste. Wie sieht es denn aus? Oh, die Sachen kann ich nicht steuern. Powercell-Status. Oh, wir haben was train per hour. Live-Support-Status. Okay. Ich glaube, ich lasse das mal hier drin. Was ist? Ah, da ist der Radio. Turn Radio on. Ah, das wird vermutlich Content-Track geben, oder? Da würde ich sehr gern die Lautstärke einstellen können. Ja, wir lassen das mal drin. Okay. Oder? Warte mal. Ich stelle mal ganz kurz die Musik ein, weil das ist... Die wäre schon nett, aber die ist mal ein bisschen viel zu laut. Hier mal runter auf, keine Ahnung, 30%. Okay. Ja, angenehmer. Okay, wie bei der Space, ne? Alles klar. Alter, das links und rechts zilgen. Oh, nee. Ich glaube, wir bleiben lieber gerade. Ach, und so geht es dann hoch und runter. Ach, du Scheiße. Und da dann später Multiplayer. Holy moly. 85. Dann bin ich ja eigentlich zu schnell. Hä? Was ist jetzt? What? Jump gates allow you to move between locations with the galaxy. If you track correctly aligned, the gate will atomize the power up. Once all gates are green. Okay. Ah, ich hoffe, dass das aber in Zukunft... Das ist Galactic B, calling in from the D.I.V. Okay. Glad to see you finally made it. We've already got a drop zone warmed up and waiting for you. So just head on over to the waypoint, detach your trailer in the designated area, and I'll make sure your payment gets processed ASAP. Okay. 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 Also ich hoffe, dass man da in Zukunft auch viel fahren kann. Dass es nicht so ein hin- und herjumpen ist. So delivery waypoint. Nein. Oh, nein. Geh runter. Oh, das ist eine ganz eigene Herausforderung hier. Okay. Drive your cargo and it is in a drop zone to complete a haulage contract. The drop zone will change color to indicate the trailer is within the safe area. Was ist er da jetzt rein? Okay. Dann schauen wir mal, dass wir hier reinkommen. Ich werde es doch bestimmt verkacken, oder? Ja, es ist schon ein neues Erlebnis. Truck im Weltall zu fahren. Ich glaube, ich hätte doch gerne ein Joystick für das Spiel. Okay. Wie sehe ich jetzt, dass das jetzt passt? Ah, jetzt. Turn off your truck's magnetic lock system to unhitch from trailer. Mhm. Okay. Einmal bremsen. Und jetzt das hier. Alles klar. Careful driving. 100. Alle delivery. 9. Naja, immerhin. Alles klar. Confirm. Jetzt. Lol. Okay. Oh, schaut euch. Schaut euch das mal an. Da gibt es doch noch richtig Schlange Varianten dann. Oh, nice. Okay. Sparrow, go ahead. What can I do for you, mate? I'm looking for info on the express gates. Last I heard it was a parking lot out there. Oh, now we're in the galaxy, you hear that? All clear out here as far as the eye can see. Heard it from Dusty Bear. Our own set of apple ears. All right, all right. You caught me. Just reading the mail here at the pit stop. Those sheriff instincts die hard, don't they, old pair? Now, who you calling old ace? You've been out here just as long as I've been. Listen to you two turkeys arguing again. You're hogging the channel. Okay, interact with fellow truckers by using a CB radio. If you see the symbol, pick up the mic. Oh, left kick to fear. List of responses, then. Ah. Ob es dann hier ein Multiplayer gibt mit dem CB-Funk? Was ist das? Was ist das? Andy, ain't no one out here with us anyway. Nits? Sounds like the newcomer made his cross-ramonics in one piece. A fresh-faced freelancer. Well, I'll pay you. You got a handle down? Well, you'll need one if you're gonna be driving out here. Das Einzige, was ich jetzt bemerkt habe, ist, man kann ja Gas geben, wenn man das Ding dann in der Hand hat. Oh, nice. Okay, wie funktioniert das dann jetzt gleich? Hier mit der Palmview Station. Okay, use the docking camera to align your truck with a docking bay. And over close enough, the magnetic locks will become available. Ach, nö. Da muss ich jetzt rückwärts ran. Oh, nö. Oh, 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 oh. Oh, rückwärts einparken, das war noch nie so meine Stärke. Zuerst mal nach oben. Und dann drehen wir hier mal. Oh, driften. Okay. Oh, 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 oh. Okay. Mache ich das richtig? Boah, ein bisschen weiter ran. Ich hoffe, das passt so. Oh, ein bisschen weiter retour. Hier wieder. Ah, nice. Okay, job boards. Job boards provide a list of country surveyors in your local area. As you earn certification skills, und so weiter, und so fort. Okay, also hier kriegen wir neue Aufträge. Automotive scrap. Rush delivery. Woodstock warehousing. At this prime Medusa 6. Oh, nix. Ähm. Ich werde mal das damit machen. This fracked contract is entered into as of... Ah, okay, das ist jetzt quasi der Vertrag. And probably a driver. Lol. Kann man sich durchlesen, aber das machen wir jetzt nicht. Okay, habe ich jetzt? In progress? In progress? Warte mal, kann ich mehr viel Medusa 6 annehmen? Nee. Okay. Okay. Okay, 140 von 150 Kilo. Ein bisschen wenig. Complete Demo. Rank up three times. Ja, aber haben wir das jetzt hier hinten dran? Ähm. Oder muss ich jetzt hier sagen, unhitch? Warte mal, ich steige mal hier kurz aus. Rausgehen ist er jetzt hier nicht. Ah. So, pick up camera access from BPV S3. Also, ich mache jetzt mal hier unhitch. Ich fahre jetzt mal hier raus. Tanken könnten wir eigentlich auch mal. Dann hätten wir das auch mal ausprobiert. Oh, geil. Nette Lackierung. Aber das wird vermutlich wieder so etwas sein, wo man einfach nur hinfährt und die Farbe sich ändert. Oh, einmal hier nach oben. Ich sehe nix. Okay, außenkamera ist praktisch. Okay. Okay. Power levels seem low or exhaust is for one or more of your truck system. You should replace power cells at regular intervals to prevent system failures. Okay. Okay. Mach mal gleich. Ich will eigentlich gerne tanken. Also, ich versuche es zumindestens. Ah, jetzt. Wie funktioniert tanken hier? Ja, und jetzt? Village Arc Fuel Channel kostet 400. Okay, dann wären wir voll. So, und was war das mit den Power cells? Graph ist recht gering. Okay. Und wie finde ich heraus, welche Power cell das ist? Und wo muss die überhaupt hin? Wo kommen die rein? Open shutters. Okay. Auch schon hot surface. Wo mache ich das? Wo kommt das hin? Job power cell. Oh, das ist hier. Ah. Warte mal. Ne. Maglock. Power 188. 188. 4,50. 4,50. Hä? Wo ist denn die, was jetzt hier so wenig gehabt hat? Hier hat es ja auch nichts. Ah. Da sind die UCC-Dinger hier drin. Power cell. 112. Hier. 11,85. Ja, okay. Ich glaube, ich lasse es mal drauf ankommen. Bis irgendwas nicht mehr geht. I guess. So. For the sector Medusa 6. Gibt es eine Karte? Auch nicht. Okay. Wir gehen erst mal hier raus. Dann hätte ich jetzt schon mal gesagt. Ach du Scheiße. Das Ding wendet ja mal richtig schnell. Okay. Cargo Meter. Ah, ich glaube, da links ist unser Auftrag. Gut. Einmal drauf hin. Oh, von da oben kommen die nächsten Trucks. Gibt es eine Space-Polizei gibt? Okay. Ich glaube, das ist unser Zeugs hier. Bremsen. Nee. Ich möchte da rückwärts ran, bitte. Was? Switch hier. Docking camera and approach carefully. Wollen Sie sich abwürfen? Die Rage-Align. Correct. You use your Mag-Log. Ja, okay. Gleich hier wie vorher. Können wir vielleicht von der Ansicht machen. Oh, bitte. Lass uns da auf den Multiplayer geben. Das macht jetzt schon Laune. Schön langsam hier ran. Echt das? Ah, jetzt. Nice. Da wären wir dran. Naja, wir sind ein bisschen Scheps dran. Bleibt das so? Nee, das richtet sich aus. Okay. Wo muss das jetzt hin? Security, Harmony, Link. Wo muss ich hin? Palm City, Medusas. Warte mal. Go to Medusa 6. Das ist da oben. Okay. Dann geben wir mal Gas und ab nach da oben. System. So, Systeme. Graf ist bei 2%. Wird schon passen. Gucken wir uns mal aus. Das ist richtig, dass wir hier gerade sind. Da prägt immer wieder so ein Symbol auf. Keine Ahnung, was das heißt. Was? Debris? West? What, 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 what? Collision detect. Looks like your gravity compensator is offline. Movement around your cap will be impacted and damages likely occur. Äh, okay. Okay, dann blockieren wir jetzt mal hier kurz alles. Oh, scheiße. Da fliegt die Sachen jetzt durch die Gegend. Ja, geil. Aber, ah, wie cool. Das sieht jetzt da so. Und, warte mal. Ich glaube, die fallen irgendwo ins Nirvana. Wie kann ich jetzt den reparieren? Ähm. Ich weiß doch nicht, wie ich das reparieren kann. Gravity compensator. Disability Gravity Compensator. Shock Shilling. Oh, das kann man auch so machen. Aber ich weiß halt nicht, wo ich das, wo ich hier die Zelle austauschen kann. Wann haben jetzt ist hier irgendwie alles querbeet. Power 34. Das war's. Die leeren Zellen tue ich jetzt mal. Na toll. Hallo? Hier hin? Naja. Ist du ne Pause, die... Okay. Die ist voll. Hier hat er noch 30%. 186, 186. Wo ist das für den Gravity Ding da? Spiel, hilf mir. Oh, das war schon die. Mal kurz probieren. Ne. Ja, okay. Ja, okay. Also für... Für ein Demo... Ja, das war ja schon nicht schlecht. Das ist da unten drunter, kann man ja nicht aufmachen. Hier ist ja auch nix. Und da hat's auch diese Statuslichter. Hat's hier noch mehr mit Statuslichtern. Ja, die sind happy. Da ist alles grün. Da ist auch alles grün. Oh, da oben. Okay, aber das ist nur der Air Filter. Ja, Air Filter. Da ist auch nix, was da rumleuchtet. Air Filter, Air Filter. Nichts. Ich komm nicht drauf, was ist. Ja, Gravitation wäre natürlich jetzt schon was ziemlich Tolles. Und hier drin ist einfach nix. Open Shatters, das geht auch nicht auf. Spiel, wo soll das sein? Hm. Okay. Ich glaub, ich werd mal ganz kurz recherchieren, wo das... Oh, hier. Oh, wow. Das kann man hier hoch machen. Das war jetzt vielleicht nicht allzu schlau. Bist du das, was ich suche? Ja. Okay. Einmal hier droppen. Ich brauch ne Power Cell. Oh. Geh du mal weg da, bitte. So, Power Cell. Komm. Ja. Dankeschön. Okay. Also da würde ich in Zukunft von ausschauen davon, dass das nicht mehr passiert. Oh, geil. Gravitation. So, alles hier wieder reinräumen. So, Spaß. Äh, Pause. Die ist noch voll. Die stelle ich mir hier hin. Oder auch nicht. Ähm, kann ich das... Dankeschön. Einmal absetzen hier. Danke. Alter, was für ein Sauhaufen hier. Okay. Ich will das jetzt nicht wirklich aufräumen. Ich möchte nur hier oben frei haben. Das, glaub ich, mache ich später. So. Einmal rein hier. Oh, so ein Saustall hier. Einmal gefahren und schon... Alle... Wie die Katze. So, wir müssen hier mal runter. Ach. Und die eine Anzeige ist dann... Für diese Deputies. Was unsere... Unseren LKW hier schaden können. Oh, da ist ein Truck vor uns. Ah, stop your truck at the suitable distance and... Chalkat will power up. Okay. Clemson. Geh mal runter. Ja. Muss ich jetzt weiter raten? Ich will da noch... Medusa 6. Jump not available, bro. Ah, jetzt. Was ist das hier? Ah, ja. ja nice da nix oben ist die drop zone ja gut da mal rein in den hey alter wie cool sehr 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 geil 150 erlaubt es sieht schon mega episch aus ich glaube ich sollte immer vorne reiten nicht bremsen schneller bitte ja also so stelle ich mir das vor die wälder umzudüsen könnte ich ein paar stunden machen hey junge pass mal auf wo du hinfährst business können wir da einfach ach du scheiße das ding driftet ich fahr jetzt einfach mal zu der drop zone hin das ding ist voll am rumdriften holly shit ah wie geil das großart mir jetzt schäden ne trailer 70 prozent cargo dick seit 100 so da vorne einmal hin edgberg da verbrauch ist aber auch schon nicht ohne man am anfang voll so bremsen bitte so bremsen bitte einmal hier rein nö 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 hoch beden danke ich glaube ets wird da ran wenn hier sicherlich besser unterwegs aber mit dem hoch und runter drehen und so weiter das ist schon was neues Ha, ha, ha. Okay. Wir hätten abgeliefert. Einmal raus hier. Perfekt. Careless Driving. Oh, Damage, Klein Property. Minus 310. Ja, tut mir leid. Was meint es Kill Points? Okay, was kann man hier so alles machen? Äh, Pairable Loads. Okay. Pairable Loads. Also das sind dann die Güter Long Distance Jobs. Ja, das wäre eigentlich noch ganz nett. Fragile. Äh, vielleicht nix für mich. Just in Time Jobs. Ja, gehen wir auf die Liste. Okay. Ach, es gibt eine Karte. Ach so, ist das hier aufgebaut. Alles klar. Ist aber nicht allzu groß die Karte, ne? Und dann mit dem ganzen hin und her rumspringen. Hm, das, ah, das müsste man sich anschauen, wenn das dann draußen ist. Aber ich würde dann schon gerne ein bisschen mehr rumfahren können. Und unbedingt Multiplayer. Ja. Und da jetzt haben wir hier auch die Jobs hier drin. Uh, Convoy Data. Also kann man Multiplayer machen? Im Convoy? Oh, geil. So, also. Eins und Core. Core B ist nur noch bei 1%. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Ist das einer von denen hier? Nee. Ah, da. Ja, ist es. So, Power Cell. Einmal hier rein. Bist du voll? Nee. Aber du kommst auch mal hier rein. Bist du voll? Yes. Yes. So, einmal rein hier. So, das machen wir auch mal wieder mit. Und einmal hier rauf. Sehr gut. Das Demi, alle wieder happy. Hier ist alles gut. Das soweit auch. Alles klar. Ja, liebe Leute. Das ist einmal Trucken im Weltall. Es gibt noch ein bisschen mehr zu sehen. Aber das überlasse ich euch für die Demo. Da könnt ihr selber noch ein bisschen rumspielen. Ich muss sagen, mir gefällt das jetzt schon mal richtig gut. Ich würde sagen, ich drehe hier nochmal eine Runde. Und dann bis bald. Hier im Weltall. Ciao. Ja, liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.